Wir haben bei uns vier verschiedene Parcours, sind alle unterschiedlich. Hoch, lang, schwer, wackelig. Oben sind die schweren und die leichteren. Das sind ja ganz deutlich zwei Etagen. Wenn ihr einen freien Fall machen wollt, das wäre da oben der Holzsteg mit der Spiegelkugel. Bis zum nächsten Mal. Timm einmorgen. fängt genau an mit, was das realistic Musik Wir haben eine kleine Schatzsuche für euch vorbereitet, Tils Schatz. Dafür haben wir hier GPS-Geräte, auf denen Stationen eingespeichert sind, die ihr aufsuchen sollt. Musik Musik Und was hat dir am besten gefallen eigentlich? Bei mir hat es am besten gefallen, dass das Segeln war, extrem lustig. Dann die Bootsfahrt auf jeden Fall. Und warum ich jetzt da so ausschaue, weil ich da oben von Thiel Eulenspiegel verarscht wurde. Was hätten dir so gefallen? Also ich habe das Segwifahren sehr cool gefunden. Dann natürlich die ganzen Städte sind wunderschön zum Anschauen. Und ja, den Thiel Eulenspiegel, den habe ich auch sehr lustig gefunden. Ja, wenn ich wieder einmal... Witz, hilf, verfolgt euch. Warte ich, sie müssen aufteilen. War echt besitzig die Reise, gell? Ja, echt viel erlebt, sportlich, ziemlich geil betätigt. Warte. Wir haben doch was vergessen. Ja, stimmt. All eure weiteren Informationen Findet ihr auf Germany.travel.hotspots Yeah. Ja. Ja ja. Ja. Ja ja. 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 Ja... Ja.